Hi, schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Ich... Ich glaube, die letzte Aufnahme... Die letzte Folge Elden Ring auf YouTube hier ist... Anderthalb Stunden Marlene. Manche von euch haben es vielleicht ganz gesehen, andere nur Teile davon. Ich habe mich ziemlich aufgeregt. Ich hatte jetzt... Anderthalb Tage Pause zwischendrin. Und stehe immer noch hier. Ich stehe immer noch hier und laufe erneut durch einen goldenen Nebel in mein Verderben. Viel Spaß. Die Musik schon, wie sie losgeht. Erstmal reinkommen. Ich muss erstmal reinkommen. Sie haut mir direkt ein paar. Okay. Ne, ne, ne. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ihr könnt jetzt nicht erwarten, dass sie... Dass ich in diesem Versuch weit komme. Aber ich gebe mein Bestes. Ich gebe mein Bestes. Auf jeden Fall. Ich habe sie aus dem Geflügeltanz rausgeholt. Das gibt's ja gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass das nicht möglich ist. Und das ist... Ich hab was... Innovaz. posted Teil Bit Express. olar Bistllos. Du. Du. Oh, fuck. Bleedprog hat sie aus dem Geflügeltanz rausgeholt, ja. Krass. Das erste Mal, dass das passiert ist, ey. Easy first try. Ja, wow, wie schön wär's gewesen, ey. Schön wär's gewesen. Ich war gerade komplett überrascht und war überfordert damit, dass ich... Ich wusste, ich hab die ganze Zeit gesehen, ich muss mich eigentlich heilen. Wollte aber irgendwie die erste Phase rumbringen. Ja. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Da geht was, ja, Sepp So weit war ich am Samstag auch schon, mehrfach Ich bin mittlerweile, ich hab's schon, ich hab geübt Ich hab geübt Aber mir geht sowas von die Pumpe, ne, sobald ich so in Richtung halbes HP in der zweiten Phase komme, ne Uff Ah, fuck, das war's Next try Okay, ganz ruhig, alles gut Kein Stress, alles bestens, alles easy Ich hab auch ne Idee, die ich beim Wassergeflügeltanz noch ausprobieren möchte Die, das stand unter den YouTube-Kommentaren Ich soll mal zur Seite wegrennen und dann ne Rolle machen Wenn ich's richtig verstanden hab, ich weiß nicht, da stand glaube ich sogar ne Richtung Nach rechts Scheiße Da war kein gutes Timing Also ich werde beim Wassergeflügeltanz jetzt, äh, auf jeden Fall Anfang nach rechts im Kreis zu laufen Und dann versuchen im richtigen Timing ne Rolle zu machen Ist jetzt aktuell der Plan Den zweiten Hit oder die zweiten Hits aus, aus, beim Wassergeflügel Die krieg ich eigentlich ganz gut gedodged Und das letzte ist halt, ich darf einfach nicht an der falschen Stelle stehen Ey Scheiße, das war jetzt schon, ja Und das ist auch ein Problem Ich hab Mit der Waffe Bei der Waffe habe ich So ein Timing Dass, wenn der Wassergeflügeltanz kommt Und ich grade so Nen Schlag mach Und sie genau in dem Moment hoch geht Das passiert, das ist immer exakt dasselbe Timing Jedes Mal bin ich im Schlag, während sie hoch geht Und dann hab ich schon keine Zeit mehr zu reagieren Es ist jedes Mal das Gleiche Und ich will aber eigentlich keine andere Waffe spielen Weil mit der geht's halt so gut Alles andere geht mit dieser Waffe so gut Ich mein Zieht euch das rein Sie ist halt jetzt schon Liegt sie am Boden Hat halbes Leben Und jetzt hatte ich kein Ah fuck Scheiße Und jetzt hatte ich keine Ausdauer Jetzt hatte ich keine Ausdauer Ich hab noch versucht Eine Rolle zu machen Aber er wollte nicht Also ich wollte eigentlich losrennen Und dann eine Rolle machen Das Rennen hat schon nicht funktioniert Und dann hab ich mich kurz gewundert Was ist jetzt los Da war ich bei null Ausdauer am Hoch Regenerieren Da kann man ja nicht rennen In dem Moment Ach ja Da war einfach Ausdauer Die mir einen Brich durch die Rechnung gemacht hat Alter Dass das trifft Ist auch so gemein Und ich bin tot Und ich bin tot Nach links laufen Und nach rechts rollen Vielleicht Weil sie gerade so einen So einen Schwung gemacht hat In meine Richtung Das könnte funktionieren Nach links laufen Und nach rechts rollen Ach keine Ahnung Ey Ich hab noch nichts Ich bin immer noch am probieren Beim Wassergeflügeltanz Bin immer noch am probieren Und dann bin ich aber so in Panik Ja Links blinken Und rechts abbiegen Einfach mal BMW Fahrer sein Entschuldigung Falls sich jetzt Irgendwer angegriffen fühlt Ach Mist Panik 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 Überrascht gewesen Dass ich überlebt hab Und dann Panik Wahnsinn Sie hat ja sowas von Bock Gerade auf mich Eigentlich habe ich jetzt mit Wassergeflügel gerechnet Tatsächlich Weil ein Bleedprog kam Und im selben Moment Sie unter 50% HP geflogen ist Äh Gefallen ist Oh fuck Ne Warum denn Ich will nach rechts Ich will mal versuchen Nach rechts auszuweichen Nach links geht nicht Nach links trifft sie mich zu viel Also sie macht ja auch Schläge erst in eine bestimmte Richtung Das geht ja immer so Ein paar Schläge sind das vier Stück oder was Und ich Nach rechts Nach rechts Nach rechts Nach rechts Aber Ey Ich hab nicht damit gerechnet Dass ich instant wieder so drin bin Ne Und die Sucht Kickt so hart wieder Also die Sucht hier Alles einfach hinzukriegen Diese Nicht Sucht Oder wie nennt man sowas Der Der Ehrgeiz Kickt so anders Oh da hat mich gerade Nach rechts Oh Okay Oh Falsch Auf sie zu Der letzte ist auf sie zu Der letzte ist auf sie zu Den Aus irgendeinem Grund Schaffe ich den Zweiten Und dritten irgendwie Halbwegs zu überleben Den ersten Der macht mir richtig viel Schaden Keine Ahnung Wie gesagt Der erste ist immer noch so Weiß ich nicht Den zweiten und dritten Kriege ich irgendwie hin Fragt mich nicht wie Ich weiß nicht was ich mach Um ehrlich zu sein Ah das war jetzt Sehr viel Damage getankt An der Stelle Äh nach rechts Oh ja 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 Nach rechts Der erste ist nach rechts Und der an die anderen sind Scheiß egal Ich weiß nicht in welche Richtung Ich gedrückt hab Es hat funktioniert Der erste ist nach rechts Besser Ich krieg zwar noch ein bisschen Schaden Aber er ist besser ausgewichen Okay 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 Mehr Ausdauer Nee nee Jetzt hat's nicht geklappt Scheiße Ich hatte aber auch nicht genug Leben Ich hab zu früh Ausweichen gedrückt Ich hab Ausweichen gedrückt Als sie Anfing auf mich zuzukommen Anstatt Wenn sie bei mir ist Und dadurch War meine Rolle zu Ende Nach Meine Rolle war zu Ende Als sie angefangen hat zu schlagen Oh Mann ey Und dadurch hab ich halt Fett Schaden bekommen Die I-Frames waren dann zu Ende Als sie angefangen hat zu prügeln Und das Ist natürlich nix Wenn man Schaden dodgen will Die I-Frames waren dann Und das ist natürlich nix Die I-Frames waren dann Die I-Frames waren dann Und das ist natürlich nix Ich glaube ich muss da zweimal schnell ausweichen Rechts und links Erst nach rechts Und dann nach links Weil nach rechts Hab ich jetzt Die ersten drei Schläge Sind ins Leere gegangen von ihr Und dann sofort Eine Rolle nach links Ich glaube Was mein Problem ist An der Stelle Ist dass Ich nicht erkenne Wann ich wieder bereit bin Zum rollen Weil So viel Weil sie mit dem Mit diesem Schwert Vor meinem Gesicht rum Fuchtelt Sie fuchtelt mir So sehr Vorm Gesicht rum Dass ich einfach nicht sehe Wann ich Weil ich Ich sehe meinen Charakter Nicht mehr Weil mir zu viel Vorm Gesicht passiert Oh Bleed Frog To the rescue Ich sehe mich Okay. Oh, mies, dass sie den gedodged hat. Oh, nee. Ah, ich hab vergessen auszuweichen. Fuck. Das ist doch zufällig. Ob sie den Wassergeflügeltanz macht oder nicht. Das ist doch eine zufällige Angelegenheit. Ah, nee. Wie auch immer. Wie auch immer. Fuck. Nein. Nein. Ach, Mann. Muss sie den falschesten Angriff machen, den sie machen kann in dem Moment, wo ich nicht darauf vorbereitet war, dass sie auf mich zukommt. Ich glaube, es ist vielleicht doch auch ein bisschen Timing. Es muss auch eine Timingsache sein. Der Wassergeflügeltanz. Nein. Weil es nicht so ein sieker ist. Es ist nicht so. In Ordnung. Das ist nicht so. Ich hole mir. Ich hole mir. Nein! Was? Ich... Keine Ahnung! Ah, in Panik schon wieder zu schnell und zu früh gedrückt. Ich habe doch eigentlich Zeit. Mist. Keiner schreibt mir was im Chat. Alle angepisst, weil ich vorhin was gegen BMW-Fahrer gesagt habe. Alles BMW-Fahrer. Alle sind weg. Keiner schaut mir zu. Ah! Ah! Es geht schon wieder los, dass ich nicht weiß, was ich tun soll. Ich dachte, ich hätte das perfekte Timing, weil sie ja direkt vor mir ist. Aber ich muss ein bisschen später. Oder früher. Oder später. Oder früher. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber... Oh, jetzt willst du es aber auch wissen gerade. Sie wollte jetzt gerade sowas von mich killen in der Runde. Also, das ist keine Ahnung. Da war gerade eine seltsame Kombo am Start. Diesen Fußkick die ganze Zeit gemacht und einen Schwertdinger, wo ich nicht wusste, ob ich jetzt zuhauen kann oder nicht. Okay, na gut, solche Runden gibt es. Schnauze jetzt. Leg dich hin, bitte. Schlaf eine Runde. Fuck, keine Ahnung, sie flitzt im Kreis um mich rum. Ich drehe schon wieder durch. Es geht schon wieder los. 24 Minuten hat es gedauert. Nicht mal. Ich habe ja erst auch ein Intro gelabert und habe 5 Minuten Einspielzeit gebraucht. Also wahrscheinlich so 20 Minuten. 20 Minuten hat es gebraucht. Bis mich ihr Wassergeflügel schon wieder in den Wahnsinn treibt. Es kann doch nicht sein, dass diese eine Attacke, dass das das Einzige ist, was mich killt. Alles andere ist ein Witz. Und ich habe es bei der letzten Aufnahme schon ständig gesagt. Immer das gleiche. Ich klinge auch wie eine kaputte Schaltplatte, ey. Immer das gleiche Scheißgelaber von dem Typen, der es nicht auf die Kette kriegt, diesen dummen Ding, diesen dummen Scheiß auszubeichen. Keine Ahnung. Ich habe versucht, ein bisschen später zu drücken. Ich habe versucht, ein bisschen später auszuweichen. Aber ich habe immer das Gefühl, sie kickt mich auch aus meinem Dodge raus. So fühlt es sich an für mich. Weil ich auch nichts sehe, außer ihr Gefuchtel vor dem Bildschirm. Vielleicht soll ich mal wirklich probieren, nur meinen Charakter anzugucken. Und nicht mehr sie. Hör auf, mit dem Schwert vor meinem Gesicht rumzufuchteln, ey. So, jetzt kommt Wassergeflügel. Es trifft einfach so viel. So viele Hits. Wie viele I-Frames habe ich denn in der Rolle? Weniger als ich dachte. Ich bin jetzt schon weggelaufen, weil ich dachte, ich habe die Zeit dazu, ne? Aber nee, es reicht halt nicht. Ich muss es anders hinkriegen. Weglaufen ist keine Option, weil sie das auch teilweise macht, wenn ich direkt unter ihr stehe. Mann! Das gibt es doch nicht. Und vorhin dachte ich, ich habe es. Aber irgendwie doch nicht. Genau zu jetzt. Keine Ahnung. Also nach rechts, die erste Rolle nach rechts hilft. Da trifft, treffen mich die ersten Schläge nicht. Wenn ich nach rechts rolle, treffen mich die ersten 2, 3, 3, 4 Schwertstreiche nicht. Ja, auch solche Runden gibt's. Wo's Timing halt auch einfach nicht passt dann. Timing von Angriff zu ausweichen, währenddem sie... Manchmal, manchmal kann ich sie aus dem... Das habe ich auch noch nicht verstanden, wo da der Unterschied liegt. Manchmal kann ich sie aus ihrem Move, wenn sie nach hinten geht und die Hand aufmacht zum Griff. Manchmal kann ich sie da rausprügeln und manchmal nicht. Wann ich sie rausprügeln kann und wann nicht, keine Ahnung. Ich hau einfach jedes Mal drauf. Und manchmal geht's manchmal nicht. Und das darf ich nicht tanken. Das war gerade dumm von mir. Ich weiß, dass ich da nur zweimal hauen darf, wenn sie in die Knie geht, um... Den Schwung von oben zu machen, weiß ich... Dass ich nur zweimal hauen darf und ich habe gerade dreimal gehauen. Das war nur aus... Aus Frust, um ihr nochmal eine drauf zu geben, glaube ich. Ja. Hm. So. Und nun. Und nun. Und nun. Okay. Und nun. Und nun. Und nun. Du bist hier. Bist du hast. Dr. Brust, du bist der. Wunsch, du bist. Du bist. Und du bist. Die. Zu früh. So halbwegs, so halbwegs. Jetzt konnte ich sie aus dem Schlag rausprügeln. Manchmal geht's, manchmal nicht. Weiß nicht. Wassergeflügel? Nee. Jawohl, zweite Phase. Mist, zu spät gedrückt. Okay. Nee, 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 nee. Nicht als erstes. Nicht als erstes. Mann! Sie startet einfach in der zweiten Phase mit dem Wassergeflügel, ey. Oh, pff. Weil ich sie in der ersten Phase nicht hab machen lassen, ne? Weil sie es in der ersten Phase nicht gemacht hat, deswegen hat sie es sofort gemacht. Ob da irgendwie eine Prozentszahl steigt, wenn man, wenn man das irgendwie, wann sie es macht und wann nicht? Keine Ahnung. Ist auch egal, ich muss lernen, dem auch zu auszuweichen. Beine Ahnung. Beine Ahnung. Das war's für heute. Also nach Rechtsausweichen ist es irgendwie auch nicht. Doch nochmal eine andere Waffe probieren. Doch nochmal mit Schild spielen. Doch nochmal mit Schild. Wenn der Erste nicht so viel treffen würde, ey. Wenn ich den Ersten irgendwie ausgewichen bekommen würde. Wenn ich es verstehen würde. Ich verstehe es aber einfach nicht. Der Erste macht so viel Schaden, dass wenn ich eine blöde Menge Leben habe, dass einfach nichts mehr drin ist. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Okay. Nee. Nein. Nein! Solang ich diesem Scheiß… Das war ja gut… Mollo, Dankeschön! Das ist nicht das erste Mal, dass ich sie auf 50% runterkriege in der zweiten Phase. Es bringt aber nur nichts, weil irgendwann kommt das Wassergeflügel. und dann ist es vorbei. Blöderweise. Irgendwann kommt es und dann ist es vorbei. Und da fehlt einfach noch dieser kleine Moment, wenn es Klick macht. Der fehlt noch. Dieser kleine Klick-Moment. Mist, zu früh denen die letzte Rolle gemacht an der Stelle. Ich habe es gesehen und während dem Drücken gedacht, ah Mist, der trifft. Ja. Oh, du machst zweimal den, okay. Ist auch eher selten. Ja. Nee. Okay, wie auch immer. Keine Ahnung. Solange ich hier wenig Schaden kriege, ist das alles in bester Ordnung. Ja. 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 weg 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 jetzt zweimal überlebt ich habe es zweimal überlebt das wassergeflügel ok ist zu spät das ist teuer jetzt kommt wassergeflügel ok 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 da war ich das war zu viel panik gerade wieder julius hi grüß dich schön dass ihr alle am start seid leute wirklich auch auf youtube schön dass ihr immer wieder einschaltet und ihr immer mehr werdet ich bin wirklich begeistert man das gibt es gar nicht ich bin nur ich bin nur leider etwas unter strom gerade falls es nicht so richtig rüberkommt dass ich das mega geil finde man traut sich kaum ein snack zu holen weil man den sieg verpassen könnte freut mich sage ich mal es freut ich mache die dreiviertel stunde voll dann machen wir eine dreiviertel stunde aufnahme dann machen wir eine kurze pause ich glaube das ist besser als wenn ich mich anderthalb stunden jetzt hier durch baller ich mache die dreiviertel stunde voll ich mache die dreiviertel stunde voll und dann machen wir kurze pause ok das war schlecht das ist voll krass man ich bin heute online gekommen mit dem livestream und es sind einfach instant leute da das ist so geil sorry ich bin da voll gehypt ey keine ahnung ich weiß nicht wenn sie jemand nicht hören will dann tut es mir leid aber ey aus ich äh ja mein hype hat gerade dafür gesorgt dass ich dreimal zugehauen habe obwohl ich hier nur zweimal hauen darf eigentlich um den schaden zu vermeiden schnauze hier wird sich jetzt nicht mehr bewegt ok und fast alles gedodged fast alles fast alles nur die ersten nicht es wird besser und besser aber in der zweiten phase habe ich immer noch so krass viel panik bei der nummer ha 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 da war ich wusste ich nicht was sie macht und sie hat ein paar mal neben mich gehauen und dann dachte ich ich kann schlagen dann konnte ich wieder doch nicht schlagen weil dann kamen ihre treffer doch an und ach das war nichts so 1,2 1,2 Runs. Gehen wir noch rein. Dann. Gibt es eine kurze Pause? Ah ja. Ich habe die Keule schon geschwungen. Timing und... Ja, okay. Also. Letzter Versuch für den... Durchlauf. Vielleicht ist es ja. Vielleicht ist es ja. So. Jetzt. Es ist immer der letzte Versuch. Es ist immer der Versuch, in dem sie stirbt. Jetzt wird sie erlegt. Konzentration. Okay, let's go. Oh. Okay. Oh. Der Lucky Bleed Punch wieder. Äh, Bleed Brock. Ach, Mist. Egal. Da habe ich einen schweren Angriff gemacht, wo ich eigentlich keinen machen wollte. Jetzt passiert wieder was Seltsames. Ich kann sie noch ein bisschen hauen. Und sie müsste eigentlich schon tot sein. Weiß nicht, was das für ein Bug ist. Also in die zweite Phase übergehen, meine ich. Oh, ich habe noch zwölf Flakons. Habe ich kein einziges Mal gesoffen, oder was? Das ist was anderes. Das, ja. Ah, nie. Oh. Scheiße. Ah, sie macht hier immer drei in der zweiten Phase. Nee, 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 nee. Nee. Hör mal auf jetzt. Lass mich mal kurz heilen. Nicht hinterherlaufen. Bleibt kurz stehen, bitte. Bleibt bitte kurz stehen. Nicht hinterherlaufen. Ich will kurz heilen. Bitte, 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 bitte. Okay, danke. Danke. Ah. Ah, lass mich doch kurz heilen, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Diese Panik. Diese Panik zwischendurch. Ach, übel. YouTube. Danke fürs Einschalten. Schön, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal. Wenn's heißt, Marlenia stirbt bestimmt. Haut rein. Tschüss.